So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Pokémon GO, eine kleine Infofolge, denn das nächste Event wurde angekündigt, gerade gab es noch eine Premiere mit Samyang. Ihr habt euch gegen Seven vs. Wild entschieden, da konnte ich schön die Premiere mir in Ruhe nebenbei anschauen, konnte noch ein paar Chips fräsen und kann jetzt dieses Infovideo machen, was ich gar nicht machen könnte, wenn wir Seven vs. Wild gucken würden. So, das nächste Event. Beim Event entlang der Routen erscheint ein neuer Charakter in Pokémon GO. Freut euch auf Matteo. Matteo hat einen dicken Bauch, Matteo hat einen Bart, Matteo ist auf jeden Fall ultra sympathisch, schon allein wegen den zwei Dingen. Was macht er aber? Was heißt hier entlang der Routen? Da hat man doch schon wieder Schiss, überhaupt Routen zu machen. Entlang der Routen von Dienstag, den 5. Dezember. Jetzt am Sonntag ist ja der Hisui Raid Day mit Hisui Admurai am 3. Und am Dienstag kommt dann gleich das erste Event entlang der Routen. 5. Dezember, 10 Uhr bis Freitag, den 8. Dezember. Ist also ein relativ kurzes Event, geht auch nicht mal eine Woche, geht so eine halbe Woche oder was das ist. Matteo und andere Routen-Updates trefft Matteo und macht bei seinem Geschenketausch mit Trainern aus aller Welt mit. Geschenke und Routen? Hm. Matteo ist ein Forscher, der das Reisen liebt und bald erscheint er in Pokémon GO. Er sammelt und tauscht gerne Postkarten und Geschenke aus aller Welt und freut sich darauf, euch am Ende von Routen zu treffen. Das heißt, diese Zergadezellen gehören gar nicht zu Zergade. Das waren so Matteo-Materialien. Und wenn ihr genügend Zergadezellen habt, dann kommt jetzt Matteo und sagt, hey, ich habe da gerade eine Zergadezelle geklaut, damit du auch nicht dein Optimus Prime basteln kannst. Aber ich habe eine Postkarte für dich. Also die Routen werden immer lustiger, nicht nur wegen den Zellen, jetzt auch wegen Matteo. Am Ende einer Route wartet Matteo möglicherweise mit Geschenken auf euch, die er gesammelt hat. Sprecht mit Matteo, um an einem Geschenketausch teilzunehmen. Wählt aus, welches von Matteos Geschenken ihr gegen ein Geschenk vom Zielpunkt der Route, vom Startpunkt der Route oder von einem Pokestop in der Nähe tauschen möchtet. Verseht das Geschenk mit einem Sticker, wenn ihr möchtet und wählt Tauschen aus. Anschließend erhaltet ihr ein Geschenk von einem anderen Trainer. Denkt dran, neue Postkarten zu eurem Postkartenbuch hinzuzufügen, um eure Postkartensammlung zu vergrößern und verschiedene Formen von Vivillon zu fangen. Wir haben doch aber trotzdem Freunde und das Postkartenbuch-Feature und Sticker anpinnen und alles. Also wenn ich jetzt Freunde habe, die mir da aus Japan was schicken und ich pinne das an und kann dann das Vivillon aus Japan kriegen, dann das passt. Deswegen kann man sich ja Freunde suchen. Wieso gibt es jetzt Matteo, der dasselbe macht, weil man dazu keine Freunde braucht oder wie? Weil Matteo dir einfach eine Katte gibt von irgendeinem Japaner, den du nicht in deiner Liste hast, mit dem du absolut nichts zu tun hast und mit dem du dann ein Geschenk austauscht oder wie? Das verstehe ich nicht, wo der das dann herkriegt und ja, ihr gebt Matteo also Sachen und der Matteo speichert das da auf seinem Geschenke-Server, das ist der Weihnachtsmann und der verteilt das dann random an irgendwelche anderen, die irgendwo auch Routen machen, irgendwo auf der Welt oder nur der Matteo, den ich da nenne. Klingt für mich nicht so, als würde ich das brauchen, aber vielleicht gibt es ja wieder eine Medaille. Frage, ihr könnt pro Tag an einem Geschenketausch mit Matteo teilnehmen. Routen und Teamplay, lasst die Party in Go steigen, ihr könnt nun gemeinsam mit Teammitgliedern Routen abschließen. Welche Routen werdet ihr mit euren Freunden erkunden? Zum Sea Day, dann kann man das natürlich gerne machen. Information zum Teamplay, eine Million Routen weltweit. Seit der Einführung des Routen-Features 2023 im Juli haben Trainer aus aller Welt tolle Routen für eure Community erstellt. Weltweit gibt es bereits eine Million Routen und wir sind gespannt, wie viele weitere Folgen werden. Wollt ihr mehr über Routen wissen? Nein. Es wird eine Spezialforschung geben beim Routen-Event. Eine neue Spezialforschung ist verfügbar. Bei der Forschung Routen zu neuen Freundschaften erfahrt ihr mehr über Matteo und das Austauschen von Geschenken. Die folgenden wilden Pokémon erscheinen häufiger. Wir haben Schneckmark, Capoeira, Spoin, Barsch, Wajorgle, Fleck, Noil, Emolga, Wolli, Pamo. Äh, Wolli. Alles, was shiny sein konnte, kann shiny sein. Emolga, Wolli, Pamo, Nisch. Was ist da jetzt nützlich? Äh, nix. Aber Wolli, gut, Wolli nutzen viele, glaube ich, in der GBL. Also ist ein nettes Pokémon. Für mich jetzt persönlich nicht. Bin ja kein GBL-Spieler. Ansonsten sind das jetzt nicht die krassesten Spawns. Eier. Die folgenden Pokémon schlüpfen aus 7km-Eiern. Hasse ich wie die Pest, aber ja, das passt dazu, weil das geht ja wieder mit Freunden und mit Geschenken und 7km-Eiern. Aber ich habe nie Platz dafür. Ich drehe immer und dann ist alles voll und dann mache ich Geschenke abends, da habe ich keinen Platz frei. Ich hasse 7km-Eier. Aus 7km-Eiern. Hisui, Fukano, Togepi, Sneebel, Hisui-Sneebel, Mobai, Psyiao. Kann alles shiny sein, während Hisui-Sneebel das allererste Mal shiny sein kann. Das gab es vorher noch nicht. Äh, Togepi ist auf jeden Fall krass, ist cool. Sneebel ist cool und krass. Hisui-Sneebel ist, glaube ich, auch sehr beliebt. Jetzt auch als shiny da. Also das sind schon mal drei coole Sachen. Das Ding ist halt jetzt wieder in Eier reingepackt und dahinter eine Paywall versteckt, aber mache ich mir nicht die Schweine fett. Alles kein Problem. Event Boni. Eier, die während des Events in eine Brutmaschine gelegt werden, schlüpfen doppelt so schnell. Es winken dreifache EP für das Drehen von Pogestops. Fünffache EP für das allererste Drehen eines Pogestops. Doppelder Staub durch das Öffnen von Geschenken. Es gab ja mal die Abenteuerwoche, wo man zehnfache Erfahrungspunkte bekommen hat, wenn man Fotoscheiben gedreht hat, die man noch nie gedreht hat. Und dann sind Leute innerhalb von einem Tag auf Level 40 gestiegen, nur durch das Drehen von Pogestops. Das war ultra brutal. Jetzt haben wir fünffache EP für den allerersten Dreh einer Scheibe, die er noch nicht kannte. Pokémon bei Feldforschungen. Ihr seht, Hisui-Sneebel ist auch in Feldforschungen drin. Ihr müsstet also nicht unbedingt Eier brüten und durch Zufall das haben. Ihr könntet bei den Forschungen gucken, was ihr so habt. Und wenn ihr eine Feldforschung habt, wo das drin ist, dann merkt euch die, geht gezielt auf die, wenn ihr das Shiny auch haben wollt. Darüber hinaus könnt ihr mit etwas Glück, genau zum ersten Mal, Hisui-Sneebel, Shiny. Wir haben Evoli hier drin, wir haben Wolli drin, Hisui-Sneebel drin. Es wird wieder eine befristete Forschung geben. Wenn ihr die Aufgaben der Forschung abschließt, erhaltet ihr Items und begegnet den folgenden Event-Pokémon. Hisui-Sneebel, Barschwa, Wolli, Pamung. Vielleicht hat man ja sogar Glück und hat in der befristeten Forschung schon ein Shiny, Hisui-Sneebel drin. Und Showcases mit Sneebel und Hisui-Sneebel. Also, ja, aus der Forschung ein Hisui, aus der Feldforschung Sneebel, Hisui aus den Eiern, die Sneebels, aber ansonsten wild. Es gibt ja nicht mal ein wildes Sneebel, das heißt, das wird ein schwieriger Showcase werden, so wie es hier aussieht, weil ihr entweder brüten müsst, um ein paar Exemplare zu kriegen, die ihr reinsetzt, oder halt Feldforschungsaufgaben machen. Schöner ist es natürlich, wenn die Pokémon wild sitzen und ihr könnt die einfach fangen und könnt die dann einfach reinsetzen und dann, bam. Weil gerade an so einem Tag, ich weiß, ich gehe dann vielleicht einkaufen, lasse das Gottscher laufen, dann gucke ich mal in meinen Beutel rein, sehe, ich habe hier drei Sneebel gefangen, dann setze ich die in den Showcase rein und wenn ich Glück habe, bin ich Platz eins oder zwei oder drei oder zehn oder tausend, aber Eierbrüden, gefühlt bestimmte Feldforschungen gezielt abschließen, da werde ich sicherlich kein Glück haben, also denke ich mal, der Showcase wird nix. Alte Sneebel habe ich sowieso nicht, ist ja ein neuer Account bei mir jetzt, Free2Play, da ist nix drauf. Man könnte gucken, ob man von alten anderen Accounts sich vielleicht zwei, drei rüber tauscht, dass man überhaupt erstmal was hat, aber ansonsten, ja, wird das bestimmt ein schwerer Showcase. Was haltet ihr davon? Seid ihr ein Freund von Matteo? Habt ihr Bock, Geschenke auszutauschen mit Matteo, um eure Vivillon-Medaille noch zu platinieren? Wie weit seid ihr bei der Vivillon-Medaille? Braucht ihr die noch? Habt ihr die schon? Braucht ihr noch Geschenke von irgendwelchen Kontinenten? Lasst es halt einfach mal auf euch zukommen, habt keine Angst, macht die Spezialforschung, guckt euch das Feature an, ist ja nur ein Event, danach müsst ihr ja vielleicht nix mehr mit Matteo zu tun haben. Das war's von meiner Seite aus, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.